Willkommen, ich bin der Justin, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde, Modern Warfare, mit dabei ist der Rookie, Geilmein. Hallo der Hetzverbrauch zu Modern Warfare, ich habe wieder nicht aufgenommen. Weil du immer zu schnell runterzählst. Ich sage 3, 2, 1 und dann herzlich willkommen. Ehm, Riccardo, ich wäre am überlegen, dahin zu gehen. By the way, mit Houston braucht Gaming. Oder nee, lass es hier hin. Damn. Obwohl, wäre es schlau. Ja, wir springen hier oben ab, hier oben springen wir ab. Und fliegen dann hier rüber. Könnt ihr mal die Fresse halten? Also gehört, wir springen um über TV, we are jumping over TV station and floating to the dam. Floating? Flying. Floating wäre überschwemmen. Oder schwemmen. Das wollte ich auch gerade sagen. I'm floating in your house. Ich werde schon beschossen. Du würdest eh nicht dahin schaffen. Ich schaff's. Kleiner Ferrari, du. Ich glaube, ich werde zwar nicht hoch genug kommen, oder? Wie viele Leute sind denn hinter mir? Oh, keiner. Epische Sniper. Bei mir ist gerade keiner, Riccardo. Keiner oder keiner, meine Freunde und die Wiener haben. Schaffe ich's? Schaffe ich's? Schaffe ich's? Wow, gerade so drüber. Junge, ich bin einfach Jesus Christus. Ich bräuchte mal tatsächlich... ...ne Fahrzeug. Nee, mir sind schon welche. Da bin ich ne sexy Sniper. Mit Sniper in dem Spiel bin ich so gut... Oh, Junge. Ich hab jedes Mal die Leute weggesniped, wo ich kurz vorm Sieg stand. Und da wegen der Gasmasse verkackt hab. Soll ich euch gleich abholen? Ich hab hier ein Heli. So ist es nicht. Bleib erstmal am Damm, der Damm ist eh erstmal schön safe. Ja, bei mir ist noch einer gelandet, deswegen frage ich. Ich guck mich auch die ganze Zeit rum. Du sichert schon wieder? Mhm. Ist gleich fertig. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Na, Moment. Geh doch ein bisschen schneller. Nur ein Heartbeat-Sensor. Und ein LMG mit einem Sniper-Gewehr. Und ein Sniper-Visier mit LMG, Alter. Ja, moin. Digga, ich krieg hier nur LMGs. Leck mich doch am Marsch. Also so sehe ich gerade keine Feinde bei dir. Ich guck nicht gerade in der Sniper-Runde. Doch, da landet einer. Über mir? Ja. Der ist Richtung Helikopter. Er geht im Helikopter. Okay, ich krieg den nicht. Ich hab halt hier nur eine LMG. Wo will der denn raus, bitte? Ich frag mich gerade, wo ich hier hochkomme. Ach da. Ist der noch im Heli? Ja. Siehst du ihn? Ich seh ihn aber nicht mehr. Ja, der ist weg. Er ist abgestürzt, glaub ich. Ja, da ist er. Ist er da in der Nähe bei mir? Er kommt auch zu dir. Abgesprungen über dir. Ey, bei mir ist ein Heli. Ja, bei dir ist der auch gerade abgesprungen, der Typ. Nee, der fliegt nur weg. Nein, der ist über dir. Der ist gerade rausgesprungen. Weil ich den abgeschossen hab von oben. Oh, eine Gasmaske und eine schöne Sniper. Ich komm zu dir jetzt. Ich versuch's zumindest. Hab ihn. Hast du ihn wirklich? Ja. Nice. Ich hab jetzt schon einen Rucksack gefunden, eine Gasmaske. Spring runter, wenn's geht. Ich hab's ein Team-Mate gekillt. Kein Wunderstar aggressives. Wenigst hab ich ihn komplett ausgenommen, das war alles. Doch, ich bin das am Gulasch. Kämpft um eine Chance, wieder eingesetzt zu werden. You're welcome. Unser Mate ist auch schon raus. Ja, der hat keine Lust mehr. Ich glaub, meine Sicherheitszone, ne? Mach was du willst. Obwohl den einen locker hätte es kriegen können. Ja, der fliegt gerade da. Feindlicher Reli! Vergiss deine Panzerplatten nicht. Hm. Okay, ich hab ein Pistol wieder. Perfekt. Wo bist du? Hier ist noch eine M4. Oder willst du ein One-Tap-Dingens? Oder möchtest du hier das LMG? Weil hier ist auch noch ein Sniper. Noch die hier. Mit Schafsch... Mit einem Vierfachen oder was auch immer das. Okay. So, hier ist nur Schrott. Wie sieht's da oben aus? Wo willst du hin? Erstmal gucken, ob die Gegend hier safe ist. Und bis dato ist es. Safe ist ja gar nichts. Die haben da hinten Präzisionsluftstark. Also da. Hier ist noch ungelootet. Bei mir. Hm. Money? Oh, 1200. Geil. Noch ein bisschen Schuss. Eine MP. Falls du die haben möchtest. Eine MP7. Schon wieder? Ey, Digga, heute ist Tag des MGs. Leider. Hier ist eine ohne Uzi. Ich hab hier eine MP. Ah, Uzi bin zwar nicht der Fan von, aber naja. Komm, let's go. Da kommt der Ferrari wieder durch. Keine Ahnung. Ey, keine Ahnung. OBS und TeamSpeak verträgt sich nicht. Warum verträgt sich's bei mir? Ich doch nicht. Weil du Gelb bist. Ah ja. So wird das inflationär genutzt. Was hab ich jetzt hier eigentlich gerade hingeschmissen? Ich bin außerdem auf X gekommen. Granaten. Nein. Ein System, was gegen Granaten ist. Achso. Was hab ich hier hingeworfen? Granaten. Achso, nein. Feindliche Drohne über uns. Nee, Granate hab ich nicht geworfen. Das wüsste ich. Oh. Oh. Geil. Was hab ich denn hier gefunden? Okay, die benutze ich dann doch nicht. P90, let's go, da spiel. Oder spielst du komplett? Kurze mal ohne den Jucken. Wird geballert. 119. 19. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird veröffentlicht. Dying time out, äh, hinter links. Es gibt nur eine Brustplatte. Ja, hier. Ja, danke. Ich, ähm... Kriege mal kurz mit der Drohne. Fallschirm, zwei Leute. Die kommen gerade alle frisch aus dem Gulasch. Der ist links am Fenster. Kannst du dich holen? Ja, komm. Geh ein bisschen sneak hier vor. Wo bist du? Oh, du bist rechts von mir. Der Feind nähert sich. 6800 Cash. Hinten oder wo? K. Hinten am Haus. K. K. Oben. Auf dem Dach. K. Au. Oh. Hier ist ein Hardbeat-Sensor. Nimm den. Dann lass mal zum Airdrop. Wenn du Bock hast. Da liegt auch noch das Zeug, ne? Oh, hier liegt auch noch Geld. Bei uns. Tot, 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 K.O. Hast du alle? Alle tot. Alle tot. Alle tot. Alle tot. Ich muss im Haus. Ich bin ja nicht safe. Alle tot. Boah, das war geil. Das war gerade wieder geil von mir. Also hier ist keiner mehr drin. Ich geh jetzt mal baden, ne Runde. Okay. Oh. Oh. Gucken wir mal kurz in die Richtung. Auch keiner. Nachladen. Alles was geht. Und rausspringen. Und den Airdropf füllen. Was ist neben dieser Sensor jetzt eigentlich? Ah, cool drücken. Ah. Ich sehe keinen in der Nähe. Auch nicht. Dann lass uns ran. In Deckung bleiben und dann... Ja, das wollte ich zwar nicht, aber das will ich haben. Du gehst runter? Mhm. So, stimmt. Die Sohn kommen. Ah, das sind eigentlich gar nicht mal... Ja, Shift. Nicht, Shift drin nicht. Ja. Zielen und Shift. Das ist jetzt die P90, ne. Ich hätte auch... Oh, Leute. Boah, ich hätte meine Sniper mitnehmen sollen. Ich Idiot. Digga, Ricardo, das ist einfach so... Was für ein Geil gerade. Dass ich meine Sniper vergessen habe? Ja, das ist geil. Nee. Dass wir... noch 69 am Leben haben und dein Mikrofon wieder gerade so hart übersteuert, dass meine Ohren rippen. Nimm deinen Heartbeat-Song damit! Oh. Will das jemand haben? Sorry, Alter. Ich weiß nicht, was das ist, Mann. Q. Drück einfach Q und warte. Oh, mein Heartbeat-Sensor ist weg. Ich rede von meinem Mikro. Mein Heartbeat-Sensor ist weg. Lul. Ich habe meine Ausrüstung gerade getauscht. Aufnahme. Danke. Ich finde es aber toll, dass meine... CPU... Ne, meine GPU auf 33% bleibt. Äh, 33% Den nimmst du denn auf meinen Sohn? Mit dem ruckigen Mega-Armen und zack-zack. Den kennst du. Burschka. Doppel-Schriften, ne? Zufliegen. Ich bin die Pilotin. Nehme die Beifahrerseite. Ähm. Riccardo! Lul! Warum? Der hat einfach C gedrückt. Ich weiß es nicht. Sorry. Hast du noch Planen, oder? Ja, ich habe fünf Stück. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone... Boah, Alter. Das war jetzt gerade allerhöchste Eisenbahn. Ich habe nichts gedrückt. Ich gehe nach Ikea. Ich gehe nach Ikea. Ah, warte. Ich bin auf M2 gekommen. Da ist, äh... Steuerung C. Oh. Muss ich unbedingt mal ablegen. Ich gehe nach Ikea. Das heißt Attack. Fuck. Da ist noch Muni. Ne, jetzt C4. Beides. Oh, Corona. So, dann hole ich mir jetzt einen neuen Schreibtisch. Ich habe mich letztens hier mit dem geilen Ofen mal versteckt, hier in dieser kleinen Grube. in dieser Teddybärengrube. Jetzt können wir es leider nicht machen. Ey, hier war noch keiner drin. Ich höre eine Kiste. Wo ist die Kiste? Okay. Ich höre hier einen Auftrag. Kopfgeld? Jo. Aber gut, das schon mal zu wissen. Mein Messgerät zeigt trotzdem noch nichts an Hoffgeld ist da Ja, wir werden auch gejagt Du Solange ich nicht bei dir in der Nähe bleibe, alles gut Hast du gerade geschossen? Nein Das war ein Feind Ja, hinten, da Auf der Straße auch Ich komme, ich komme, ich komme Die sind bei mir, die sind bei mir Ich höre was Hier direkt Ich habe safe drei Leute Ich bin erstmal Hälfte AP Bleiben wir rechts Direkt, direkt Schön Die werden dich, glaube ich, jetzt finishen Nur noch du bist von deinem Team übrig Ja gut, ich hätte jetzt auch bleiben können, aber egal Ich habe hier eine Versorgungsstation gefunden Versorgungsstation ist direkt im Doppel Alle tot, Team ausgelöscht Ich habe hier eine Versorgungsstation gefunden Das ist hinter mir Dazu sage ich jetzt mal nichts Dazu sage ich jetzt mal nichts Ich war gerade am überlegen Der kann auch nicht schon vorgerushed sein, oder? Der kann auch wirklich nicht vorgerushed sein Ich habe dir direkt neben dir gehört Ja, ich wollte gerade sagen Der ist doch noch weiter weg Der hat aber ganz schön leicht getappt Oh Mann, Alter Ich habe gute Kopfhörer Cool, der 80-Oben-Kopfhörer Kann ich nur empfehlen Ist zu kappel jetzt Ich habe auch gute Kopfhörer Die wurden mir von einer tollen Person erfüllt So, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme Tschüss Tschö mit Ö